Freddie Quinn, einer der bekanntesten österreichischen Schlagersänger und Schauspieler, hat sich im Alter von 90 Jahren entschieden zu heiraten und überraschte damit viele Menschen. Die Gründe für diese Entscheidung verriet er in einem Interview, was bei vielen Menschen Trauer und Rührung auslöste. Im Interview berichtete Freddie Quinn über seinen aktuellen Gesundheitszustand. Er gab zu, dass er mit der Zeit schwächer geworden sei und gesundheitliche Probleme habe. Er hatte das Gefühl, dass er allmählich schwächer wurde und fühlte sich angesichts der Realität des Alters hilflos. Doch anstatt seine Situation zu unterschätzen, akzeptierte er sie und bereitete sich gelassen auf seinen Tod vor. Im Alter von 92 Jahren, eine Zahl, die viele als ein Alter der Erinnerung bezeichnen, bereut Freddie Quinn sein Leben nicht. Stattdessen blickt er voller Dankbarkeit und Stolz auf sein vergangenes Leben zurück. Er hat im Laufe seiner Karriere ein buntes und erfolgreiches Leben geführt und bereut keine seiner Entscheidungen. Durch diese emotionalen Geständnisse teilte Freddie Quinn der Welt seine Ansichten über Leben und Tod mit. Selbst wenn er mit Schwäche und Hilflosigkeit konfrontiert wurde, bewahrte er einen Geist des Optimismus und der Dankbarkeit. Seine Geschichte ist ein Beweis für die Kraft des menschlichen Geistes und Willens und wird immer eine Inspiration für diejenigen sein, die sie hören. Obwohl er in seinem Leben viele Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt hat, bleibt Freddie Quinn immer noch optimistisch und dankbar. Er erzählte bereitwillig von seinen Erfahrungen, von schwierigen Tagen während des Krieges bis hin zu Erfolgen in seiner Musikkarriere. Freddie Quints Entscheidung, im Alter von 90 Jahren zu heiraten, sorgte für großes Aufsehen, bewies aber gleichzeitig, dass Liebe kein Alter kennt. Auch wenn er in seinem Leben viele Wellen durchgemacht hat, gibt er die Hoffnung und den Glauben an Liebe und Glück immer noch nicht auf. Im Laufe seines Lebens wurde Freddie Quinn zum Symbol für Geduld und Mut. Er überwand viele Schwierigkeiten, um einer der berühmtesten Künstler seiner Generation zu werden, und sein Sieg ist nicht nur ein Erfolg in seiner Karriere, sondern auch eine Bestätigung seines Willens und seiner menschlichen Entschlossenheit. Obwohl er sich auf seinen Tod vorbereitete, ließen Freddie Quints Optimismus und seine Würde nie nach. Er betrachtet das Alter als eine Zeit des Wachstums und der Verbesserung und hofft, dass jeder auch jeden Moment seines Lebens lernen und wertschätzen kann. Mit diesen aufrichtigen und bedeutungsvollen Geständnissen hat Freddie Quinn nicht nur in der Musik, sondern auch in den Herzen der Fans und derjenigen, die nach Ermutigung und Definition in ihrem Leben suchen, ein großes Erbe hinterlassen. Auch wenn er im Leben viele Schwierigkeiten und Herausforderungen durchgemacht hat, bewahrt sich Freddie Quinn immer noch eine Stimmung des Optimismus und der Dankbarkeit. Seine Entscheidung, im Alter von 90 Jahren zu heiraten, war nicht nur ein überraschender Wendepunkt, sondern auch ein Ausdruck der Liebe und Hoffnung über das Alter hinaus. Er teilte seine Trauer und seine Gedanken über das Ende seines Lebens mit, aber in ihnen strahlt immer noch ein Strahl der Hoffnung und Hingabe an die Liebe und das Leben. Mit Geduld und Dankbarkeit wurde Freddie Quinn zum Symbol menschlicher Stärke und Willenskraft. Obwohl er in der Vergangenheit viele Strapazen überwunden hatte, lebte und liebte er weiterhin jeden Tag. Sein Leben ist eine Lektion darin, wie man Herausforderungen meistert und jeden Moment wertschätzt. Durch Wahrheit und Aufrichtigkeit hat Freddie Quinn Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Seine Geschichte ist ein Beweis für die Kraft des Geistes und der Freundlichkeit und wird immer eine Quelle der Ermutigung und Unterstützung für diejenigen sein, die mit Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen haben. Auch wenn er im Alter von 92 Jahren auf den Tod wartet, wird Freddie Quints Vermächtnis für immer in den Herzen derer weiterleben, die ihn liebten und respektierten. Er wird immer in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen seines beruflichen Erfolgs, sondern auch wegen seiner Freundlichkeit und seinem Optimismus, mit dem er alle Schwierigkeiten überwunden hat. Neben der Überraschung und Aufregung über seine Entscheidung, im Alter von 90 Jahren zu heiraten, teilte Freddie Quinn auch seine Gedanken zu Gesundheit und Altern mit. Er gab zu, dass er viele gesundheitliche Probleme erlebt hatte und sich schwächer fühlte als zuvor. Die Tage des Alters bringen ihm Schmerz und Unannehmlichkeiten mit sich, aber auch eine Gelegenheit für ihn, jeden Moment zu erleben und zu schätzen. Obwohl er seine Schwäche und die Erwartung des Todes eingestand, bewahrte er sich einen Geist des Optimismus und der Dankbarkeit. Das Alter ist für ihn nichts, was er bereut, sondern eine Zeit, in der er zurückblickt und all seine Errungenschaften und Erfahrungen im Leben wertschätzt. Durch das Teilen solch tiefgründiger und aufrichtiger Überlegungen ist Freddie Quinn in jeder Phase zu einem Symbol für Selbstvertrauen und Lebenszufriedenheit geworden. Sein Leben ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie man mit dem Alter umgeht und Veränderungen in Körper und Geist akzeptiert. Durch diese Bekenntnisse und Bedeutungen ist Freddie Quinn nicht nur ein großartiger Künstler, sondern auch ein Freund und eine Inspiration für alle. Er hinterließ ein Vermächtnis nicht nur in der Musik, sondern auch in den Herzen derer, die das Glück hatten, von ihm und ihren beiden Jungen so glücklich waren, dachten sie auch, dass es wunderbar wäre, eine Tochter in ihrer Familie aufzunehmen. Das Paar war dankbar für all die guten Dinge, die sie hatten, aber sie glaubten auch, dass es Platz für mehr Liebe in ihrem Haus gab. Also begannen sie, für eine Tochter zu beten. Jeden Tag hofften sie, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen würde und kurze Zeit später machte Angie einen Schwangerschaftstest zu Hause und erlebte die schönste Überraschung. Er war positiv. Sie würde ein drittes Kind bekommen. Sie wollten beide unbedingt ein Mädchen, aber sie wussten, dass das Wichtigste war, dass das Baby gesund war. Und darauf konzentrierten sie sich. Kurze Zeit später erhielten sie eine verblüffende Nachricht. Der Arzt sagte ihnen, dass sie tatsächlich ein Mädchen bekommen würden. Angie und Gino waren überglücklich. Ihre Jungs würden eine kleine Schwester bekommen. Dann zeigte ein Ultraschall etwas noch Erstaunlicheres. Der Arzt schaute sie ungläubig an und sagte, Angie, du bist nicht mit einem Mädchen schwanger, sondern mit drei. Angie und Gino waren fassungslos. Drillinge. Alles Mädchen. Sie konnten es nicht fassen. Sie hatten auf eine Tochter gehofft und jetzt bekamen sie drei. Ihre Familie sollte noch viel größer und noch viel schöner werden. Sie versuchten immer noch die Nachricht von den Drillingen zu verdauen, als der Arzt eine weitere Überraschung verkündete. Auf dem Ultraschall war etwas ganz Besonderes zu sehen. Zwei der Mädchen teilten sich eine Plazenta, was bedeutete, dass sie aus einem Ei entstanden waren und sich dann in zwei geteilt hatten. Diese beiden wären eineiige Zwillinge und sähen fast genau gleich aus. Aber das dritte Baby hatte seine eigene Plazenta. Das bedeutet, dass es aus einer anderen Eizelle stammt. Sie würde ein zweieiiger Drilling sein, das heißt, sie würde nicht genau wie ihre Schwestern aussehen, aber trotzdem ein ganz besonderer Teil ihrer einzigartigen Familie sein. Angie und Gino hatten das Gefühl, dass sie ihr Limit an Überraschungen an einem Tag erreicht hatten. Sie hatten bereits erfahren, dass sie Drillinge bekommen würden und nicht nur ein Mädchen, auf das sie gehofft hatten. Und jetzt erfuhren sie, dass zwei der Drillinge eineiige Zwillinge sind. Es war fast nicht zu glauben. Drillinge auf natürlichem Wege zu bekommen, ist unglaublich selten. Es passiert nur bei etwa einer von 4000 Schwangerschaften. Aber dass zwei dieser Drillinge eineiige Zwillinge sind, das ist noch viel seltener. Angie und Gino wurde das ganze Ausmaß des Geschehens vor Augen geführt. Ihr Leben sollte sich grundlegend ändern. Aber sie waren bereit, sich der Herausforderung zu erinnern.